Hallo. Seid gegrüßt, Sire. Die Wüste erwartet euch. Ja, ihr seid natürlich auch gegrüßt. Wir machen direkt weiter mit der Hades. Ihr seht schon, ich bin eigentlich weiter. Denn ich bin vollidiot. Erstmal kurz vorweg, wir waren letztes Mal bei dieser Mission, die verlorene See. Da habt ihr dann abgestimmt, uns ist ein kleines Malheur passiert. Das Spiel ist abgestürzt, ich habe nicht gespeichert. Dass ich direkt zur nächsten Mission springen soll. Habe ich gemacht. Habe die gestern aufgenommen. War mega. Ich habe die First Try geschafft, obwohl die richtig schwer ist, erkläre ich gleich. Aber ich habe gesehen, oh, meine Webcam war irgendwie zu groß. Bin rausgetappt, wollte die so verschieben. So. Und kleiner machen. Dann habe ich aus Versehen das Bild so verschoben. Also jetzt nicht ganz so doll. Und bin wieder rein. Und habe das so anderthalb Stunden aufgenommen. Ne? Also, so halt. Ja. Und damit ist natürlich die Aufnahme komplett unbrauchbar, weil so super sicher gehen. Alles gut. Denn ist natürlich scheiße, sich anzuschauen. Ja, die Mission, äh, ich spiele jetzt nochmal einfach. Denn es war eine sehr geile Mission tatsächlich. Und deswegen umso bitterer, dass die scheiß Aufnahme nicht geklappt hat. Aber ich habe es wirklich First Try geschafft. Wirklich. Ich habe kein Problem, mir das einzugestehen, wenn die Mission so hart ist, dass ich mehr Anlage für brauche. Ich brauche, ihr wisst das. Hatten wir hier schon ein paar Mal. In der Mission kann man nur wenige bestimmte Gebäude. Ist die erste Mission, wo man nicht alles bauen darf. Man kann auf den Türmen keine Ballisten bauen, beispielsweise. Das heißt, hier die Richard-Löwen-Herze kommen die ganze Zeit mit Katapulten. Und es ist super schwer, die abzuwehren. So eine Sachen. Man kann nur zwei Arten von Türmen bauen. Man kann das große Tor nicht bauen. Vieles. Man kann super viel nicht bauen. Ähm, gleichzeitig ist natürlich das hier ein guter Mix an Gegnern. Der Kalif hat das Early Game. Stresst einen zu Tode. Gutes Schwein ist das Schwein. Äh, aber dann im Hinterland Richard-Löwen-Herz, der sich komplett aufbaut, der Gelbe. Und der blaue, gut, der stresst halt durchgehend von oben. Gleichzeitig, man hat so wenig Platz. Das sieht ja ganz grün aus. Aber hier, bei diesen kleinen Kackflüssen, da ist kein Platz für irgendwas. Und hier auf der rechten Seite, er ballert die ganze Zeit das Schwein rüber. Und da kommen die ganze Zeit die Angriffe von den dreien. Weil hier sind die Übergänge. So. Und hier, die Steine und Erd, sieht auch nice aus. Aber man muss dann mega den Weg gehen, weil man nur hier unten über die Flüsse kommt. Ja. Ich war am Anfang der Mission ziemlich überfordert. Jetzt weiß ich ziemlich genau, was ich zu tun habe. Aber ihr bekommt vielleicht den Eindruck, holy shit, was ist mit dieser Mission. Also, let's go. So, ihr seht schon, man hat richtig viel Platz, Arminar. Äh, ich muss hier erstmal um die Ecke bauen. So. Dann müssen wir hier alle Bäume loswerden. Äh, wir brauchen einen Marktplatz. Der kommt hierhin. Ähm, genau. Dann brauchen wir dieses und jenes. Äh, machen erstmal nur zwei. Alles cool. Alles cool. Äh, die Häuser müssen hierhin, damit die safe sind. So. Und jetzt geht's los, Leute. Wir müssen nämlich jetzt echt schauen, wie wir uns zur Wehr setzen. Seht ihr gleich. Ähm. So, ein Tor. Hallo. Der Typ rennt hier rein. Ich kann nicht bauen, weil der scheiß Typ hier rein rennt. Ist das dumm. So. Äh. So. Hab ich noch Stein? Jawohl, ein bisschen. So. Ähm. Gut. Jetzt. Uh. Bisschen zu wenig Stein. Zack. Oh, Mann. Jetzt rennen die alle rein. Der hat in meiner Base... Nen Scha... Waffenkammer? So. Jetzt kaufen wir nämlich richtig vier Armbrüste. 40. Guck mal, da knallt schon. Merkt er? Es ist kein Platz in der Waffenkammer. Es werden Rekruten benötigt sein. Ach du Scheiße. Es werden Rekruten benötigt sein. Mein Gott. Eure Befehle? Nee, hoch da jetzt. Oh Gott, die sind ja schon hier. Bin zur Stelle. Wir werden überfallen. Achtung! Ja, ich hab jetzt ein bisschen langsam... Äh, lange gebraucht. Arminer. Shit. Das ist jetzt schwierig. Warte mal. Der kann da ja vorbei? Das gibt's ja nicht. Frech halt. So. So, die haben jetzt alle Gebäude abgerüstet, weil ich hier den Durchgang blockiert hab. Ohhhh. So. Bitte. Rennt nicht in den Weg. Keine Steuern ist eine Sache, aber wie wäre es mit einer kleinen Gabe? So, jetzt halt dein Maul, Leder. Es ist kein Platz. Chaotisch. Auf die Türme. Los. Zur Stelle. Sind auf dem Weg. Achtung. Und los. Eins. Zwei. Und ja, das ist tatsächlich die Lösung. Es ist mega dumm. Können wir helfen? Feuer Gnaden? Was soll konstruiert werden? Ah, es wird hoffen benötigt, Seier. Super dumm. Äh, um Nahrung kümmern wir uns gleich. Wir starten mit recht viel Nahrung. Ähm. Das ist tatsächlich ein bisschen dumm. Und eine Nachricht vom Schwein. So. Du feuerst die ganze Zeit da. Du feuerst die ganze Zeit da. Du feuerst die ganze Zeit da. Warum? So. Jetzt müssen wir natürlich trotzdem gucken, wie wir zwischendurch ein bisschen Nahrung generieren. Dafür mache ich hier mal die Holzfäller weg. Alter, diese Blöden zerspielen. Entschuldigung. Guck mal, wie wir da mit ihren verschissenen Katapulten reinknallen. Nee, warte. So, jetzt wird es natürlich ein bisschen unangenehm. Denn wie ihr merkt, kommt ihr ganz gut, ganz gut an, Sturm. Aber es ist alles in Ordnung. Ja. Ja. Ganz schwierig, wie ihr merkt. Ganz schwierig. Aber das ist cool. Das ist cool. So, du bist jetzt da drauf. Und du gehst weiter da drauf. Du gehst weiter. Ah, der will nicht. Dann auch da drauf. Waffen geschultert. Ladet nach. Mach die weg jetzt. So. Okay. Das Ding ist, die haben 10.000 Gold, ich hab 10.000 Gold. Und ich muss das jetzt aushalten, bis die bei 0 Gold sind. Genauso wie ich. Das ist der Schlüssel. Meine Beliebtheit geht runter, weil ich keine Gebäude habe. Ich bin done. Done. So. Die müssen hier hin. Ja, Richard. Du älter. Boy. Ähm. So. Hier müssen wir hartnäckig bleiben, die immer wieder bauen. Hier reicht leider die ganze Scheiße nicht. Äh. Am besten. Ne. Also das Problem ist jetzt wirklich dieser Katapult, weil der schießt die ganze Zeit auf meine Mauer. So, Ochsen. Ich brauch Stein. Ich brauch Stein. Ich hab mich extra kleiner gemacht, damit ihr hier auch die ganze Steinscheiße seht. Weil die sieht man normalerweise nicht. So, da kam gerade Stein. So, jetzt Erz. Man muss sich hier in diesem Level jegliche Nahrung, ähm. Er. Kaufen. Klingt doof. Ist aber so. Und dann müssen wir jetzt durch. Also nicht jegliche. Aber jetzt zumindest zu Beginn. Man macht den doch weg jetzt. Ah, nicht getroffen. Ich hole, äh, noch mehr Ambroschützen. Der Markt ist kaputt. Lol. Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Mutig. Er kämpft wie ein Mapp. So, was ist denn? Wer schießt denn hier von oben? Der. Kann doch da gar nicht. Alter. Mach den doch jetzt. Schrott. Junge. Ziel im Visier. Das ist ja lächerlich. Okay. Weiter geht's. Mehr Ambroschützen. So. Balliste stirbt. Gut. Okay. So. Jetzt. Defensivmaßnahmen. Mehr Türme. Mehr Katapulte. Kein Joke. Man kann. Ihr seht ja. Die. Man kann nicht andere Scheiße bauen. Hier. Insane. Das ist richtig insane. So. Eine Mühle. Und dann versuchen wir jetzt mal hier. Drei Bäcker. So. Jetzt. Verkauf ich noch den Schlund. Ähm. Auch jegliches Öl. Ihr habt nicht genügend Güter. Und Eisen auch. Ihr habt nicht genügend Güter. Bei Gold ist hier wirklich alles. Erstmal. Achtung. Es werden Waffen benötigt, Seier. Das Drucker noch weckt. Das ist ja kompletter Müll jetzt. Ähm. Ja. Hier ist es halt echt doof. Ihr seht. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Das ist halt wirklich sehr, sehr doof. Okay. So. Der Katapult ist weg. Sehr gut. Du schießt wieder dahin. Du schießt dahin. Sehr gut. So. Und jetzt haben wir... Jetzt haben wir Steil. Sehr gut. Ähm. Der kam weg. Zur Stelle. Womit kann ich die Lagerungsgeräte bemanken? Achtung. Und los. Seier. Vorwärts. Erlassen der Lagerungsgeräte. Scheiße. Waffen geschultert. Bereits. Eure Lordschaft. Zur Stelle. Achtung. Was hüttt ihr Lagerungsgeräte bemanken? So. Du feuerst jetzt hier mit rein. Der schießt schon fleißig. Ihr seid der größte Herrscher. Ich bin der größte Herrscher. So. Jetzt habe ich hier die festen... Waffen geschultert. Positionen, wo die hinballern. Ziel im Visier. Und jetzt... geht es darum... Ähm. Die Gegner, immer wenn Angriffe kommen, da all meine Katapulte drauf zu steuern. Euer Gnaden nennt euren Wunsch. Also, jetzt... muss ich schauen... Ähm... dass ich... Diese Balliste hier ist ein Problem. Tatsächlich. Dass ich da noch ein Weizenfeld hinbaue. Aber die Balliste hier, die Feuerballiste, schießt es jedes Mal ab. Das ist halt ein Problem. Wir werden überfallen. Ihr könnt auf uns zählen. So. Gut. Gegen die Mauer. Sehr gut. Okay. Seht ihr? Das ist wichtig. Scheiße. Mangel bereit, Sire. Rinder. Ziel im Visier. Zur Stelle. Achtung. Mh. Okay. So. Wir haben noch ein bisschen mehr Stein bekommen. Steine verkaufen auch arschwichtig. Hier an dieser Stelle. So. Dann kann das hier mal alles weg. Das war ein bisschen provisorisch. Mh. Noch eine Mühle. Und Bäcke rein. Ne. Doch. Ne. Ne. Ähm. War ein bisschen dumm. Egal. War es schon. Der kommt weg. Mh. Mh. So. Okay. Ähm. Ich habe das hier ein bisschen verbessert, wie ihr seht, mit den Steinen. Dass die wirklich, ähm, näher an den Abholplätzen sind. Ihr seht, das funktioniert ganz gut. Ich habe tatsächlich, ich förderst zu wenig Steine, als das alle Ochsen. Das heißt, ich könnte theoretisch den hier abreißen und den. Ach, der bringt gerade. Ja, warte. Wenn er da ist. So. Spare ich Leute. Okay. Jetzt müsste es mit der Nahrung auch langsam löppen. Das mache ich hier mal so. Wir benötigen Holz. Holz. Okay. Wie viele Holzfälle haben wir eigentlich? Wir benötigen Holz. Guck mal, die wissen gar nicht, was sie machen sollen. Ja, jetzt sind wir alle, beziehungsweise die sind bei Null Gold. Was ich jetzt machen kann und als erstes machen werde. Ich werde mal mit meinem unendlich vielen Stein jetzt hier hochbauen. Und damit Katapulten alles eindecken. Das ist, was ich machen werde. Äh, vorher vielleicht noch ein paar Armbruchschützen, tatsächlich. 20. Habe ich echt nur Platz? Ach ja, ich hatte ja kein Holz. Ja, ihr seid da ausgeschlossen auf den Inseln. Und guckt da rum. Ihr Läppen. Hier hinten kann ich tatsächlich was bauen. So. Ja, jetzt müssen wir gucken. Unser Lager sagt 21 Meersäcke. Die müssen jetzt erstmal schön... Unsere Lebensmittelvorräte schwingen dahin, euer Gnaden. Ja, schauen wir mal. Achtung! Es werden Rekruten benötigt sein. So. Das ist übrigens König Richard mit Patch. Achtung! Es werden Waffen benötigt sein. König Löwenherz. Richard der Erste. Richard der Erste. Löwenherz. Ja. Da sieht man eigentlich ganz gut gerade den Unterschied mit Patch. Zumindest was Defensive angeht. Offensive ist natürlich nochmal eine andere Geschichte. Das ist der Kalif. Das ist das Schwein. Und das ist Richard, wenn er ein bisschen angegangen wird. Okay. So. Korrekt. Eins. Zwei. Drei. Vier. Jetzt wird hier natürlich angefangen zurückzuschießen. Aber. Dagegen haben wir eine Lösung. Ist bereit. Konstruieren. Belagerungsgeräte. Und los. Im Laufschritt. Sire. Und. Die Beute stehen in Flammen, Sire. Oh. Ah, das ist Katapult. Seter. Der Kalif greift an. Los geht die wilde Fahrt, ey. Aber ich greife. Er bleibt da hinten stehen. Deswegen erreiche ich ihn nicht. Nur um hier die Mauer anzugreifen. Das ist natürlich richtig asozial. So, wecknallen. Der Turm muss weg. Geil. Okay. Jetzt hab ich neun gemacht. Nein. Jetzt den da oben. Wie alles gut? Naja, fair Arschlecken. Ich hau dich weg, Junge. Schön. So. Der Katapult kommt näher. Eine Nachricht vom Kalifen. Was? Ihr wagt es, in meine Ländereien einzufallen? Was heißt denn einfallen? Ich wehre mich doch lediglich, Kalifchen. So. Für dieses Gerät brauchen wir mehr Mangel bereit, Sire. Ziel im Visier. Mangel bereit, Sire. Ah, ist das gut. So, jetzt wird hier richtig einer reingelatzt. So, wie sich das gehört. Mangel bereit, Sire. Wo ist der Kornspeicher? Da oben. Ziel im Visier. Wir geben unser Bestes. Also hier beginnt jetzt wirklich der Terror. Ich hoffe, euch ist das bewusst. Scheiße, schafft der das? Aber wenn der noch einmal getroffen wird, war's das. Aber der Turm sieht auch nicht gut aus, sagen wir's so, ne? So, hier haben wir uns erwehrt. Okay. Wollen wir mal ein Turm reparieren. Ey, merkt schon, das ist ja ne asoziale Scheiße, Sondergleichen. Der wird jetzt slow und steady, weil er kein Gold mehr hat, nicht die Ressourcen aufbringen können, um sich langfristig zu wehren. Die Wüste ist ein grausamer Schauplatz für einen Kampf. So, Richard greift an. Jetzt geht's los. Erste Probe. Aber das wird, glaube ich, nicht so krass sein. Hoffentlich. Du legst auch mal dein Feuer da hin. Da hin. Guck mal, da oben bauen sie sich auf. Die Jungs rennen hier gerade rüber. Müssen wir mal schauen. Ja, ne, dadurch, dass er sich hier aufbaut, wird das nix. Können die die erreichen? Ja. Oh, yo. Nice. Das, das war's. Easy. Komplett Ehre. So, ab und an kann er sich noch aufbauen. Alles gut. Vielleicht. Aber irgendwann hat er kein, ähm, Geld mehr, um die Steine zu kaufen. So. Guck, wie der Kalif hier aussieht, ey. Fuck. Bin ich weggeböllert. Okay, äh, Nahrung rennt, sagt er. Warum sind manche Mauerteile so niedrig? Weil ich gar nicht. Ist ja merkwürdig. Zur Stelle. Sie sind Geschichte. Das könnt ihr doch wegmachen, Jungs. Ihr merkt schon, dass es auf jeden Fall ne Tryhard. Ne Tryhard-Mission. Ähm, hier ist nicht so viel Smalltalk. Hey. Aber ich hoffe, euch geht's gut. Armener. Oh, guck mal. Jetzt, äh, haben die aber schon einen Stein zur Verfügung. Ich glaube, einen kann ich bauen. So. Was ist denn hier los? Warum nicht? Okay. Oh, lol. Das Ding ist, die löschen die auch gerade die ganzen Truppen weg, ne? So. Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Mutig. Ihr kämpft wie ein Mapp. Ist richtig. Konstruieren Belagerungsgeräte. Kein Gold mehr. So, jetzt können wir anfangen, Sachen zu verkaufen. Äh. Rote. Euer Gnaden. Denn jetzt. Konstruieren Belagerungsgeräte. Beginnt die Offensive. Mh. Ich werde Richard hier oben erstmal wegmachen. Dafür fangen wir jetzt an mit Schwertkämpfern. Die kann weg erstmal, provisorisch. Die Holzfäller können hier weg erstmal. So. Eins. Zwei. Wir benötigen Holz. Ja. Genau. Holz. Hundert. Hundertzwanzig. Was war das jetzt? Rüstung. Eins. Ihr könnt das nicht dort platzen. Zwei. Drei. Eins. Zwei. Drei. Drei. Scheiße. Die wurden schon gut getroffen. Oh. So ein Müll. Ah. Die habe ich jetzt einfach stehen lassen. Ich vollidiot. Haut den Turm jetzt weg. Komm schon. Alter. Oh. Ich habe gerade so Geld aus dem Fenster geschmissen. Für diese dummen. Und die Balliste hier links schießt auch drauf. Ist das unbelohnt. Achtung. Die schießt die ganze Zeit. Merke ich gerade. Mangel bereit. Und. Los. Die macht sich so steady meine. Armbotschutz weg. Ist ja asozial. Ziel im Visier. Wir kriechen die weg. Ziel im Visier. Ja da halt mal gegen. Mit der Zeit. So. Ich könnte hier noch mehr Türme bauen. Noch mehr von. Wollen wir richtig übertreiben? Ne. Ich passe jetzt einfach nur mal auf auf mein Geld. Deal. Richtig. So. Waffen geschultert. Solange die hier nicht angreifen, kann ich die auch mehr hier reinfeuern lassen. Ziel im Visier. Bereits meine Landschaft. Ziel im Visier. Denke ich doch. Ziel im Visier. Der hier kommt bestimmt weiter. Ja. Ziel im Visier. So. Dem gehen wir jetzt richtig auf den Sack, dem Jungen. Alter. Dem gehen wir auch auf den Sack. So. Jetzt machen wir ein bisschen Gold. Oder machen wir ein paar Katapulte. Was wünscht ihr? Konstruieren Belagerungsgeräte. Konstruieren Belagerungsgeräte. Die Baliste dahin ist todesnervig. Und hier rechts ist die eigentlich auch recht nervig. Aber da sind gerade keine Leute dran. Doch, da kommen zwei. Eieieieiei. Warte mal. Eine Nachricht vom Schwein. Und bald? Werden wir diesen Schweine? Da warten wir ja noch kurz. Ich brauche da volle Konzentration. So. Geh, richtig. So. Jetzt schauen wir mal. Schweinchen. Wo schießt der hin? Auf meinen Markt, du Arschloch. Ich glaube, es geht los. So, das haben wir im Griff. Alles cool. Wir machen jetzt den Turm weg und dann den Kornspeicher. Das ist mein Plan. Deswegen versuche ich das hier die ganze Zeit. Der Turm nervt halt ultra, weil der immer hier meine Katapulte wegmacht. Eins, zwei, drei. Ich schieße die Baliste jetzt hier. Ne, schieße weiter auf den Turm. Sehr gut. So, Feuer. Mein Gott. Das ist wahre Mauer. Ja. Jetzt der. Oh lol. Ne, der. Wie wäre es mit einem fairen Kampf? Im Laufschelm. Ladet nach. Katapult bereit. So gut wie erledigt. Äh. Oh, hier kommt ein Schwein. Na gut. Muss er wissen, ne? Okay. Irgendwie... Ach, die andere Schützen hier haben die weggemacht. Hab ich nicht gerallt. Ja, ist ja gut, Junge. So, dann können wir hier wieder den Kalifen eindecken. Ziel im Visier. Mangel bereit, Sire. Ziel im Visier. Okay. So. Jetzt machen wir... Eine Nachricht vom Kalifen. Was? Ihr wollt, es in meine Ländereien einzufallen? Dafür werdet ihr büßen. Ne, der Kalif, dem geht's halt auch echt nicht gut. Erich hat hier. Der kann sich halt in Ruhe richtig ausbreiten. Das Problem ist hier echt diese dumme Balliste. Die ist auf Max-Range, deswegen trifft die ja nur super selten. Aber sie trifft. Und los! Ähm. Ja, wie gesagt, ich fange jetzt an, Ritter auszubilden. Ich merke gerade, ich kann auch einen Schwertkämpfer eigentlich gut ausbilden. Äh, einen, einen Schwerthersteller, Schwertschmied. Boah, ich hol's. Mein Gott. So. Ähm. 20, glaube ich, für den Araberstand hier. Söldnerposten, Armener. Kein Platz. Hier vielleicht. So, hier pumpe ich jetzt richtig viel Sklaven. Es werden Rekruten benötigt sein. Ich werde hier... Versuchen mit Sklaven reinzurennen. Mh. Das hört man gern. So. Wahrscheinlich muss ich dafür aber hier echt nochmal ne Furche reinschlagen. Mit Katapulten, mit richtigen Katapulten. Dass man halt keine Trieböcke bauen kann. Das ist so unblohnt. Alter, hier sind teilweise Gebäude gleich Schrott. Uff. Das wird ihm nicht schmecken. Alter, hier sieht's aber echt nicht gut aus, Bruder. Love it. So, wie sieht's im Lager aus? Wir haben echt viel Mehlsecke noch. Wir können theoretisch noch mehr Brote backen. Wir benötigen Holz. Wir benötigen Holz. Ja, dann machen wir noch mehr Holz. Komm schon. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. So. Wir benötigen mehr Holz. Die Balliste fuckt mich so ab, ne? Waffen geschultert. Leu. Und Marsch. Euer Gnaden. Das geht jetzt aber nicht. Und eine Nachricht von Richard Löwenkerz. Die Wüste ist ein grausamer Schauplatz. Ja, ja. Seid ihr sicher, ihr habt den Mut dazu? Schon. So, alles da rein. Schütten. Alter. Wie das immer klatscht, ne? Hier. Da hinten, die Baumeister. Die werden einfach weggefeuert. Zack. Krass, wie lang die Armbustschützen durchhalten, ne? Wenn man überlegt. So. Ach, lol. Der wurde jetzt weggemacht. Zur Stelle. Belagerungsgeräte bemannt. Ziel im Visier. Ziel im Visier. Rein. Einfach drauf. So. Achtung. Vorwärts. Oh, die kommen hier an, ne? Was ist denn da los? Wie kommen die da an? Eben sind die noch nicht angekommen. Ziel im Visier. Das ist wahr. Sie sind Geschichte. Ja, ein Katapult steht. Glaube ich ja nicht. Zwei. Einer in's den Schrott. Schießt hier auf mein Getreidefeld, wa? So, Schrott. Sehr gut. So. Glaube, das war's da oben. Jetzt müssen wir hier wieder reinböllern, wie man sieht. Paar Ritter. Bisschen verkaufen. Kommt tatsächlich ganz gut durch. Versklaven. Ich bin heute sehr klein. Hab vielleicht ein bisschen übertrieben. Ei, 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 ei. Das sollte gehen mit den Arme unterstützen. Da sollte gehen. So. Die Balliste, ey. Das ist echt... ... 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 Okay. Die Ritter kippen wir aus den Latschen. Sehr gut. So, wie viel Sklaven haben wir jetzt? 75. Sollte... Ah, eine Fuhre mache ich noch. Ja, lief nicht, ne? Danke. Das war ein bisschen sexistisch, aber gut. Kommt drauf an, wie er's meint, wa? So, eine Fuge noch. Bulei. So. Jetzt machen wir Baumeister. 12. Jetzt wird geböllert. Jetzt haben wir hier auf der rechten Seite auch nicht wieder dumme scheiß Amoschützen, die mich hier abfacken. So. Wollen die denn lang? Naja, müssen die wissen. Tod. Warum stehen jetzt manche so dumm daneben? Katapult bereit, Milor. Katapult bereit, Milor. Lagerungsgeräte bemannt. Lagerungsgeräte bemannt. Haben wir's jetzt? Katapult bereit, Milor. War ich eins zu viel? Na gut. Na gut. Okay. Knallen wir rein. So gut wie erledigt. Wie ist die Balliste drauf? Ne. Sehr gut. So. Sklaven. Los geht's. Rennen. Ne. Erstmal sammeln. Rein. Warte mal. Der ist ja noch ein Katapult. Lagerungsgeräte bemannt. Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Ein König, der sich in der Burg versteckt, spricht wahrlich für sich. Verstecken muss ich mich. Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Meine Welle sind stark. Meine Männer sind stark. Abfahrt. 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 Komm schon, komm schon, komm schon. Ja! Oh, und der Brunnen ist schrott. Habt ihr gesehen? Ich hab den Brunnen natürlich präventiv vernichtet. So, jetzt Feuer übergreifen. Los! Alter, der Laden ist offen wie Po... Äh, ne? Hm. So. Ups. Katapult wird bewegen. Mal Lagerungsgeräte bemannt. Wir benötigen Steine. Jo. Der hat alles abgerissen. Reicht ihm. Katapult wird bewegen. Wir benötigen Steine. Wir brauchen Steine. Steine hab ich. So, jetzt schicken wir die... Die Schwertkämpfer rein. Wir benötigen Gold. Öh. Okay. So, Richard ist open, Alter. Wild open. So, jetzt schicken wir die... Aber ich hab genügend Güter. Wir sind bereit. Aber ich hab genügend Güter. Wir sind bereit. So. Wir sind bereit. Und rein hinladen. Katapult bereit. Mal auf. Schießt schon wieder irgendwer hier auf den... So, mag das auch Schrott. Kann er sich nix mehr kaufen. Falls er Geld hat. Hätte. Hätte. Achtung. Belagerungsgeräte. Und los. Belagerungsgeräte bemannt. Katapult bereit. So gut wie erledigt. Kornspeicherfeuer. Klären wir. Das bringt auch so viel Gold, ey. Brote verkaufen. So, jetzt der Mark noch. Keine Chance. Der Bruder... ...ist vorbei. Zerlegt. Den haben wir richtig zerlegt. So, widmen wir uns als nächstes dem Kalifen, würde ich sagen. Ich kann mal speichern, ey. Ich bin ein bisschen paranoia seit dem letzten Mal. So. Alter. Da hat aber etwas gehittet. So. Dann können wir schon mal Umbaumaßnahmen, ne? Ich brauche noch ein bisschen Stein. Und wir werden hier wesentliche Umbaumaßnahmen machen. So, Jungs. Hoch da. Achso, die ganzen... Die sollten vielleicht jetzt aufhören. Das ist jetzt nicht so... schlau. Da können wir hinfeuern. Stech sie ab. Und hoch da. Sehr gut. Das ist ja wirklich zu geschütten. Nee, da regnet es einfach Steine. Ich muss sagen, ich habe richtig Bock auf... äh, wo ich gerade bei... über Steinregen... rede. Ich habe richtig Bock auf Strong & Crusader Extreme. Werden wir nach Strong & Crusader auf jeden Fall angehen. So, hoch da. Mach den weg. Kann ja nicht sein, dass der ja so viele wegmacht. So. Und zurück. Na ja, jetzt sind wir nicht so pessimistisch. Im Laufe sind wiedergeschlagen. Waffen, Herr Schulter! Eine Nachricht vom Halifen. Was? Ihr wagt es, in meine Ländereien einzufallen? Dafür werdet ihr büßen. So. Theoretisch können wir jetzt einfach mit den Rittern rüberrennen. Theoretisch. Weil der Laden drüben ist offen. Er hat nur Bogenschützen. Ja, es hat ein paar Leute, die Feuer werfen. Ja, wobei... Nur hier oben die zwei und die werde ich eh... Ich glaube, ich renne mal rein. Probieren, wa? Waffen benötigt seins. So. Aber ich glaube, was ich von jetzt an tun werde, ist wieder mal... berittene Bogenschützen spammen. Ja. Ich baue da doch nicht um. Das passt so alles. Ich gehe jetzt einfach voll in die Offensive. Könnt' da noch ein paar Bäcker bauen, höchstens. Na gut. Ein bisschen Holz. So. Wir probieren's. Och, geht, rum. Los geht's. Hier müssen wir einfach die kritische Masse erreichen. Das heißt, die nutze ich jetzt noch nicht. Ähm, ja. Achso. Die müssen jetzt natürlich sowas von aus. Ne? Die Ballisten sind tatsächlich das größte Problem. Die werde ich jetzt einfach mal wegmachen. Alter, kommt hier gerade Richard jetzt? Und greift an. Das wäre ein bisschen unlucky. Vom Timing her. Und den weggeräts. I fucking nulled. Zurück. Das ist ja mal höchst asozial. So. Hier 9 macht das Ding ja jetzt tot. Wenn's das letzte ist. So. Jetzt könnte ich wieder rein. Ich hab nur noch 40. Ne, eigentlich 50. Aber. I try. Komm. Die müssen ja ziemlich viel Feuer auf sich legen. Das heißt, die hier kommen eigentlich ganz gut heile an. Und die 9 hier können... Da müssen wir mal gucken. Die müssen ja Korn speichern. Die könnten tatsächlich auf den Korn speichern einfach mal gehen. Oh, da kommen Schwertkämpfer. Aber ich dodge die ein bisschen. Ich dodge die echt ein bisschen. Nein, wird ins Feuer geworfen. Okay. Schafft er den Laden? Knapp. Ja, jetzt kommt der Richard. Ich krieg echt einen Cock in den Arsch. Asozial. Ne, das wird nix. Ihr seid schwach, Ungläubiger. Ey, 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 ey. Weiß ich, was das jetzt soll. Dass der so toxisch ist. Alter, wo rennt ihr denn hin? Ey, ohne Witz. Die Gurken da oben irgendwo rum. Geht er jetzt hoch? Oh, leu, reicht das? Das reicht. Ja, Richard Sieb. Und der Typ hat mich eben noch ausgelacht, Alter. Ey, Schlechtling. Arschlöcher. So, den Rest donate ich hier rein. Angriff. So. Alter, der schießt hier die ganze Zeit meine Pferde ab. What? Ey, ich hab mich schon gewundert, warum das nur 29 sind. Alter, das ist ja bitter. Das ist ja bitter. Okay. So, ihr feuert hier einfach rüber. Nee. So. Ja, weg. Bin ich ehrlich. So. Bisschen Luft, ne? Okay. Okay. Gold. Ja, jetzt könnte ich überlegen, wie ich noch mehr Gold machen kann. Wie geht's meinen Rittern, alle tot, wa? Für einer lebt. Ehre. Geh's auf den Markt. Oh, leu. Okay, dann nicht. So. So. Ja, Gold ist jetzt echt so ein Ding, ne? Alter, ist da der Ammo-Schütze. So viele. Ich will gar nicht wissen, wie viel, wie viel Reiter der weggemacht hat. Overall. Ist ein bisschen belastend. Okay, aber wir haben die Situation unter Kontrolle. Ey, ihr hättet mich gestern erleben sollen, wo ich das erste Mal aufgenommen hab. Ich bin am Anfang so ins Schwimmen gekommen. Ich hab, ich bin, ich bin fest davon ausgegangen. Also, ich war schon so in der Einstellung, ja, okay. Ich nutze jetzt einfach die Zeit, um mir, mir einen Plan zu machen, wie ich die Map spielen will. Also, hatte schon innerlich aufgegeben. Äußerlich eigentlich auch. Ähm. Aber hab dann echt die Kurve bekommen. Und das dann zu Ende geführt. Das war echt ganz gut. Hab ich da einen schwarzen Balken? Nein, gut. So. Ja. Ich muss ein bisschen unbeliebt machen. Hier oben könnte ich so... Ne, ist zu weit weg. Also, die Laufrede sind einfach... Hab überlegt, ob ich hier so Hopfenkram und so mache. Ach, kann ich auch gar nicht. Hauptsache, ich hab das von Anfang an, aber... Naja. Eure Beliebtheit sinkt. Das ist wahre Macht. Gold fließt in die Schatzkammer. So. Ich könnte einfach noch mehr Steine abbauen. Problem ist halt nur... Also, das ist echt so das Ding für mich. Steine abzubauen, braucht einfach ultra viel Leute. Also, richtig viel Leute, ne? Aber gut. Ich probier mal was. Könnte auch... ...auf Steuern gehen. Ich könnte auch die ganzen... ...Waffen verkaufen. Das ist, glaube ich, nicht worth. Also, ihm geht's halt auch nicht gut, ne? Wenn man sich das anschaut. Aber der Richard... Der snackt hier auch. Ah, gut, nö. Er hat schon eine gute Nahrung. Ja, schlicher. Könnte theoretisch die Türme weiter natürlich nach vorne setzen. Hier ein bisschen Terror machen. Das habe ich gestern gemacht. Ich habe hier einen Block gemacht von sechs Türmen und ein Tor. Mit sechs Mangen. Und da hat der Kalif noch gelebt. Und habe dem richtig einen reingefeuert. Aber war nicht sehr zeiteffektiv. Ich glaube, ich werde noch mehr... Ich werde noch mehr Steine... ...produzieren, abbauen. Drei. So, wie viele Leute sitzen jetzt am Feuer? Zwanzig. Immer noch genug. Sehr gut. Waffenkammer ist voll. Hm. Können doch noch mehr Brote backen. Ich habe... ...ist immer zu viel mehr Säcke. Aber du weißt, es hält sich auf 80. Vielleicht eine Bäckerei noch. Dann geht der langsam runter wahrscheinlich. Der Vorrat. Wenn wir den Holzfäller wegmachen. So. Okay. Wir verlieren ein bisschen Gold, euer Gnaden. Manchmal steuern wir da nochmal. Damit meine Beliebtheit auch wieder hochgeht. Wir haben den Güter verlieren ein bisschen Gold. Weil jetzt kommen die Leute halt langsam in der Burg an. Sein Fehler ist... ...dass er seine Belagerungssachen hier baut. Ist ja ein bisschen Buggy von der KI. Oder unklug. Würde ich die hier bauen... ...könnt er mehr Schaden anrichten. Hätte er auch von Anfang an mehr Schaden angerichtet. Mehr Druck aufgebaut. Aber es ist halt dumm, es ist halt Richard nicht. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my Lord. So. Ihr habt nicht genügend Güter. Okay, wie viele berittene Bogenschützen haben wir denn? ... ... ... ... ... ... ... ... Also ab 100, 120 würde ich glaube ich losreiten. Und hier versuchen alles zu klären. Gemeinsam mit den Armbruchschützen. Jo. Es gibt ja zwei Kreuzzüge. Ja, wir spielen ja hier das erste Kreuzzugszenario. Sind ja schon im Jahr 2100 sonst was nach Christi. Ganz witzig. Aber es gibt ja auch Kreuzzüge 2. Was unterscheidet... Also jetzt Frage an euch. Würde mich mal interessieren, weil hab ich noch nie angespielt. Äh... Gibt's da Unterschiede? Oder... ...ist das einfach nur... ...mehr Inhalt? Oder... ...was zu beachten? Zocken wir die auch durch? Also da könnte man gut weitermachen, denke ich, ne? So. Okay. Wie machen wir das? Steine. Weg. Aha, geht ein bisschen schleppend voran. Nee, mit Arabern. Das merkt man. Aber wenn man... Aber die sind halt einfach broken, ne? Die können halt alles. 89. Wären die hier wieder heimlich gecleared, ey? So. Könnt ihr die Waffen verkaufen? Macht sogar wahrscheinlich vielleicht Sinn. Weil ich eh nicht so viel brauche. Wir sind bereit. Für den finalen Schlag brauche ich halt echt nicht viel, ne? Wir werden überfallen. Ach, hier auf die Dings. Werden wir denn überfallen, Bruder? Übrigens, die beiden. Können die nicht weiter reinballern? Sire. Wo kommen die vorhin hier hin? Äh. Schrott. Können wir hier ein bisschen weiter? Schön. Alter, da sind wir mal einen Bogenschütze weggeholt. Oh, hier noch einen. Ehre. Okay, ich glaube, das zweite war kein Bogenschütze. So, kein Gold. Ja. Die Waffenkammer ist voll, mein Lord. Wir haben nicht genügend Güter. Ich verkaufe jetzt ein paar Waffen. So. Wir sind bereit. Wir haben nicht genügend Gold, mein Lord. Na. So. Wie viele? 105. Könnte man jetzt einfach mal loslegen, denke ich. Weil für Schwein sollte es auf jeden Fall reichen. Dann lenke ich die mal nach da oben. Mach hier auf. Schick die Jungs mal runter. Hä? Ach, die kommen nicht runter. Lol. Äh, baue ich euch mal ein Torhaus. Bin ja ein Netter. Nummer zwei. Nummer drei. Nummer eins. Und los. Jetzt können die auch da mal schön nachproduzieren. Dann kann ich gleich im großen Schwung verkaufen. Konzentriere ich mich jetzt hier erstmal hier drauf. Leute, es kommt gerade richtig gut rein. Feuert die da mal weg. Na ja, merke ich. Boah, da brauche ich jetzt die Armbruchschützen für. Unlucky Timing. Vorwärts. Na gut. Dann probieren wir es. Nur mit dem, äh, Bogenschützen, mit dem Britten dann tatsächlich, würde ich sagen. So, wir sammeln die erstmal hier ein bisschen. So. Machen wir die erstmal auf dem Tor weg. Wie wär's, wenn ihr die erstmal auf dem Tor weg macht, Brüder? Jawohl, jetzt wird hier langsam geklärt. Jawohl. Warum kriegen die da auf dem Tor, die Leute, nicht weg? Jetzt, so. Ja, hier werden die ganz gut aufgehalten. So, und auch. So, und die rücken wieder ab. Einfach, um die ein bisschen zu schonen. Das reicht hier nämlich. Eine Nachricht von Röder Löwenherz. Alter Junge. So, jetzt kommen wir, ja, siehste? Hat sich ein bisschen Stein angesammelt. Und ein bisschen Brot. Ehre. 500 Gold nochmal vom Schwein. Nice. So, da gehen wir jetzt hin. Beeindruckend, sagt er. So, da wird nachproduziert. Rekruten benötigt sein. Äh, die Nummer 6. Wir sind bereit zur Stelle. Ich glaube, ihr könnt schon hier hin. So. Ach ja. Hier werde ich aber wohl übel, ähm... Katapulte brauchen. Das ist aber cool. Der hat dafür nicht so viel... ...gefährliches auf den Mauern, wie der Schwein. Also, die Bogenschütze gehen ja tausendmal schneller zu clear. Ich glaube tatsächlich, dass... Wenn ich jetzt... Ah. Wieviel habe ich? 108. Ja. Ich glaube, die werden da getroffen von den Katapulten. Zwar selten, aber... ...so 70 Stück. Was bedeuten hier eigentlich die Pünktchen über der Leiste? Ist das irgendwie die Moral oder so? Zack. Weg. Okay. Dann von denen paar... Äh, ne. Von denen. Machen wir erst mal ein paar. Ja, ist ja gut. So. Wie viel haben wir? 11. Machen wir noch. So. Das wären sieben Katapulte. Es reicht auch. Ja. Ich glaube, es ist nice. Wir benötigen Gold. Waffen verkaufen. So. Easy. Wird. Finaler Schlag. Kamener Amener. Kamener Amener. Kamener Amener H. Kamener H. So rein. Hier kommt da hin. Und Marsch. So. Wir müssen als erstes das Ding da ausschalten. planen. Ähm. Die sind halt auch gut low, ne? So. 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 Bisschen Dodgen. So. Weg. Bisschen Abstand. Planen. Klärt die Bogenschützen. Nice. Oh, lol. Scheiße. Vorwärts. Das war jetzt überraschend. Bisschen scheiß Arschloch, Richard. Mach die weg. Glaub, es geht los. Los. Wir stehen zu Dienst. Rein. Einer für alle. Was wünscht. Einer für alle, Junge. So. Kann ich hierhin die Balliste wegmachen? Ja. Nice. Haben wir? Jetzt die. So. Hier schießt ihr einfach blind rein. Nice. Sehr gut. Und ihr patrouilliert hier ein bisschen lang. So. Und ihr. Die benötigen Gold. Oh. Okay. Weg damit. Wir bauen jetzt viele Katapulte. Was soll konstruiert werden? Konstruieren Belagerungsgeräte. Hm? Was wünscht ihr? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Unser Werkzeug ist bereit. Konstruieren Belagerungsgeräte. Gebt uns eine Aufgabe. Konstruieren Belagerungsgeräte. Ich hatte doch 14. Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Wieso habe ich jetzt 8? Ein Hörnicht, der sich in der Burg versteckt, spricht wahrlich für sich. Doch verstecken muss ich mich. Der Aboschütze wurde abgeholt, ey. Noch eher. So. Schön. Ein paar. Sagen wir ein paar. Reicht ja. Zwei Tore. Hat er ja eigentlich recht. Fairer Kampf. Ja, dann komm raus. Alter, wie er alles abreißt. Wie er alles abreißt. So hätte das nicht der Patch beheben? Das hier jetzt nicht machen. Doch, das hat der jetzt gemacht, um noch ein paar Bogenschütze zu spammen. Ne, generell Truppen. Ist halt schon, schon gut. Ich glaube, der Patch macht das gezielt, oder? Wie war denn das? Guck mal, der holt jetzt hier oben die Truppen. Das hilft ihm aber nicht. Der hat da unten Katapult vor dem Eingang stehen. What? Okay, Bruder. So, erklimmt den Wall, Alter. Hier, die ganze Amboschütze. Können vielleicht mal hier ein bisschen gezielter schießen. Er schießt den Ritter. Oh, meine Hände sind weg. Ja, das war die Mission. Ich ärgere mich immer noch, dass die erste Aufnahme leider nicht geklappt hat. Die war ein bisschen geiler. Ich war halt bei der ersten Aufnahme tausendmal gestresst worden, natürlich auch. Aber ist vielleicht auch dann ganz witzig zu sehen. Reden wir über die nächste Mission. Nächste Mission ist sehr interessant. Menschliche Fürsten, 40.000 Gold. Le Moir, 3.000. Ich habe aber zwei Buddies, rechts und links. Es sind aber übrige Lappen. Gerade der Sultan ist halt... Kannst du in die Tonne kloppen. Deren Gegner sind Schwein. Und im Hinterland sind dann drei König-Richard-Löwen-Herze. Aber die Map ist fair verteilt, ressourcentechnisch. Und solange ich Ballisten bauen kann, sollte ich mich sehr gut einigeln können. Eventuell kann ich dem Kalifen richtig hart ressourcen in den Arsch blasen. Sodass der das Schwein und so... Also, dass der dem Ganzen auf der Linkseite trotzen kann. Ich glaube, der Sultan... Der wird nur eine Pufferzone für mich sein. Ja. Aber mehr erfahren wir beim nächsten Mal, liebe Leute. Tschüssi.